Hallo, verehrte Zuschauer, zu World of Tanks, heute nicht mit meinem normalen eigentlichen Kumpanienkrieger, sondern... Mit Emyn, das bin ich. Ich bin ein Klassenkollege von Patrick. Ja, Klassenkollege, schrägstrich, Freund, schrägstrich, Anwärter. Eventuell. Egal. So, Emyn, willst du was über World of Tanks erklären? Ich? Also, Junge, ich bin gerade, keine Ahnung, welches Level. Ich habe das ziemlich lange gespielt, nicht nicht gespielt, genauso wenig wie du. Ich habe ein paar Panzer freigestellt, aber das war es auch schon. Jo, World of Tanks, ein Spiel über Panzer. Und das war es. Und wie bei sonst? Also, äh, ich fahre jetzt mal. Wir haben uns entschieden, wir fahren mit einem Low-Tier-Panzer, also mit einem Panzer der Klasse 1, so wie man hier sieht. Klasse 1 bis 10. Viele. Äh, gut, Emyn, bist du bereit? Also, ich bin bereit. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Okay, scheiße, mal damit aufhören. Lass uns einfach anfangen, okay? Jo. Warte, ich bin noch nicht bereit. Du hast gesagt, du bist bereit. Äh, World of Tanks sagt nein. Jetzt sind wir nicht in einem Zug. Okay. Wir sind gar nicht, wie, wie. Das fängt gut an. Wir sind nicht in einem Spiel. Warum nicht? Ja, weil du nicht bereit warst. Bist im Gefecht. Ja, bei mir steht du im Gefecht. Ja, weil du nicht bereit warst. Ich dachte, du hast gesagt, du bist bereit, dachte ich kann ich auf. Ja, ich habe. Karte, so kann es nicht weitergehen. So kann ich nicht arbeiten. Äh. Ich habe eigentlich Unternehmen aufgebaut. So, egal. Rausgänge. Dann fahre ich halt nur in Russen rein. Ja, Rahn, Schwein. So. Fahre mit Russen, ins Gefecht. Bist jetzt bereit. Ja. World of Tanks sagt ja. Ich glaube, das Problem war, dass ich nicht bereit war. Egal. Okay, weil ich schon groß, riesiger Stratege bin, und Lieferung von Betten bin, bin ich ja so riesiger Stratege, weil du bist. Wir fahren einfach mitten durch, verstanden. Wir fahren einfach mitten durch, verstanden. Mit einem Tier 1-Panzer. Siehst du, das ist Sky-Sense, bei uns? Link, also Sky-Sense, bei mir? Was ist mit dem? Da ist das erste Opfer, der krepiert zuerst. Glaubst du? Versteck dich hinter ihm. Ja, das ist gemein. Legen wir los. Übrigens, da hinten. Rfhperr. Rfhperr. Was ist der Werte, Herr Emen? Hey, warte, jetzt weiß ich wieder, wie der, wie der Mord für Wettkrieg 2 hält. Forgotten Hope. Hast du davon gehört? Nee. Na, das ist halt so ein Mord, realistischer Mord, Grafikmord, und halt, keine Ahnung, was da noch alles dabei ist. So, so wie es so schnell als ich. Verwenden bleibt hinten. Einfach, ich habe doch gesagt. Es ist scheiße. Gelegt, gelegt, gelegt. Da getroffen, weggetroffen, weggetroffen, Mayday, Mayday, Mayday. So, es war nicht, wenn ich an die PewDiePie. Das ist natürlich auch richtig krank. Aber gut. Ja, kann sein. Ciao, ciao. Boom. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Voll, 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 mit rein in die Fresse, so weiß, so boom, bitch, yeah, so weiß. Das war's. Scheiße, was war das? Das war ein One-Hit. Fucking overpower, das ist scheiße. Ja. Mal sehen, durchklicken, mal sehen wir bei dir. Da, ja, Spawn. Äh, sagen wir genau, wo der Typ ist. Ich sehe gerade keinen. Ich bin da, ich bin jetzt an deiner, äh, ähm, Aufklärungslinie beschränkt. Das heißt, was ich sehe, siehst du. Genau. Junge, wir sind sowas von am Arsch. Das wussten wir doch vorher auch schon. Na, das ist das Risiko dabei. Wenn man sich null aufkennen mit dem Game. Ich hab, warte, siehst du gerade, wo ich hinschau. Ja. Ich hab Angst, dass die Typen da von hinten, also, von hinten kommen was. Ja. Ein ganz... Hentai scheiß. Hiti, bitte. Hiti, 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 hat Hentai gesagt. Hiti, haiti, hiti, 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 hiti. Hiti, 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 hiti. Ja, bitte. Allвин, wer hat die Welt markiert? Das war ich. liebe zuschauer es tut mir wirklich leid wie langweilig das ist aber ich kann nichts dafür ist ein scheiß online multiplayer das kann man nicht beeinflussen wie im single player du wolltest mit dem langsamen panzer fahren ja stimmt auch wieder kosten wartet wer fährt wer fährt gerade du bist der erste typ der gestorben ist nein an alles geysern zwar dazu ich war der zweite da vorne ist irgendwo in seiner irgendwo ja ich wollte gerade sagen irgendwo taucht sich seiner aufgrund bald in die rüber wecken der macht so in der marze der macht so in den ausgobten mitten in deinem in deinem ist ich die nobs noscob in dann in der neunerlauf was war das habe ich gesagt in von wo man hinter den bäumen also ein wichser versteckt sich in den wischen ja spiel mich halt erlaubt egal kommt immer in die garage zurück man ihn durch die mitte reise der körper war und sagen muss sagen wir würden rumschrauben in den jenauer da hat ein meine panzerinnen hier war die tier 3 da hat ein paar mit dem die drei wieder so ist ein deutsch noch ein deutschentierter und ein russischen aber auch die fahre mit dem armee schweißen hat nach die nach die schweißen hat sie schweißen hat er hat schweißen hat angebildet die reiht hatte t 82 sollte ich glaube ich den typen kommen die körpern ab dann macht doch ich hoffe ich bin die reihe marka probier einfach irgendwas warte ich muss kurz was das machen stellplatz kommen ein hoher im himmel nein es sehen ich habe auch schon bekommen port port dort und dort brauchen und die zahl an sich die armee haben in der wixen suchen kann es nicht was aber was suchst du in p 82 welche pushen die 2 3 suchen kaufen warum kann ich denn nicht kaufen täglich nicht du musst zuerst die 18 level muss das sind die 18 kraft der schock ich habe in der freigeschalt also ich habe sogar jetzt muss doch ab in den waff die Prozent das gehört das kann auch noch auf aufleveln habe ich ja ich habe sogar das Hacker da beim TK 90 hast du genug Geld damit schwingen warte wo braucht man die Scheiße jetzt um rechtsklick kaufen geht nicht und kann ich nicht brauchen verstehe ich nicht Arjen ja 70 tut aus mehreren und ich werde das irgendwie er schneiden muss und schnell vorspulen um das ist meine Schuld wir könnten schon lange fahren und wir könnten lange drauf gegangen sein wieder warum zu warum kann ich denn nicht kaufen weil er ist jetzt überhaupt nicht verstehe ich wieder nichts und so dumm bin ich doch um was soll es nicht danke die 2 80 kannst du den Korn und die Körner sein Jürgen der Stürz scheiß drauf ja ich bin du bist beritten ich werde beritten geschäftigte die ganze zeit vor das steigste der stehst du dir doch gegen die ganze zeit vor oder natürlich sonst hätte aber wenn er kann es nicht da ist ein team kalteten denn hier kann so und die haben die geprüft wir haben auch noch dass er hat immer schon ausgeglichen ok gut gegen den tier 4 kommen wir nicht an vielleicht mit Glück mit Glück viel Glück warte es gibt gar nicht so viel Glück auf der Welt die Gegner können nicht verfehlen was und vor uns ein 3-Panzer vor mir sind 4 also eine 4 reicht mir, muss ich brauchen 10 guck mal hinter dir, so wie der Kapazer versteckt sich hinter dir auf mich steht sich nicht ab danke scheiße oh Gott scheiße was schießt du auf mich? ja, die, die ich noch mal in Ruhe wollen was rechte Seite man ach du Scheiße ich versteck mich hier hinter dem schießen die schießt da du versteckst dich da hinter dem Wrack ja und die Kräuter haben die mich hier zwischen dem Kind ich weiß gar nicht wissen komm du Posi, geh weiter los das ist taktisches Wort, okay ich sehe noch weniger als du glaube ich wie wir es kommt zum Typ mit 100 Prozent auf dich zu das war ja ich habe auch noch nur gesagt ich habe es ich habe es nur warte da im und irgendwas das ist die 3 über den Schluss schießen die auch was ich auch oh fuck freudig ist es nein nein ehlschuss verschlechter schön das Game ist echt geil ja wenn man skripieren steht schon oh ja man Niederlage glaubt man was sonst er steht zwei gegen fünf also ich hatte das will ich jetzt sehen welcher ist das ist das T1 E6 Forschung habe ich alles voll aufgeklärt ok T1 T1 passt T18 ich kann ich nicht kaufen und kann ich nicht kaufen verstehe es so wenig ich habe ihn schon erforscht ich habe sogar Waffe für den freigeschalten und eigentlich sollte ich den T82 kriegen aber nein T18 dann kriegst du nicht er in die zahlen war sie bereit zum gefechtig besitze ihn bereits das kann doch nicht sein aber da sind sehr scheiß ich bin wollen mit was fährst du jetzt warte ich habe noch echt viele panzer war ich wundere mich schon warum ich warum ich den ich habe ich habe da und links von den panzer und da kannst du ja einstellen was für panzer angezeigt werden soll ich habe da auf leichter panzer gedrückt sie hatte ich nur einen einzigen panzer war die ganze zeit scheiße wie liegt der fahrzeug vollständig geforschtes fahrzeug ach so was mit t1 e6 das ist eh der allererst der t1 einfach ja gut zu wissen auch hier womit fährst du die 82 es ist es ist Armee 4 3 mitte er kann ich hab den ich müsste nur paar Sachen der Fallschirm wie kriege ich eigentlich warum war die freie erfahrung wo ist der unterschied zwischen diese grünen erfahrung und diese goldene erfahrung hast du einfach die gilt für jedes land und für jedes fahrzeug fahrzeugerfahrung gilt nur für das fahrzeug okay das heißt ich muss jetzt mit dem t82 etwa jetzt sagen wir mal 6000 erfahrung sammeln dann kann ich mir dafür neue sachen freisch hat genau okay so als wenn ich so sie verstanden habe bitte treten aber auch noch die drei die drei monge ja ja wohl durch irgendein sohn sie hat gesagt oder bingel gegen einen der viel viel auswählt Pfff, dann fahr ich wieder mit dem M2 mal rein, würde ich sagen. Okay. Keine Ahnung. Warte, welch ist denn der M2? Wo ist denn der? Nicht gut, mal ich. M2 Light? Oh. Oder M2 Medium? M2 Medium. Achso, ja, du gehst ja auf den M3 Lee. Hm. Ich finde das... Also ganz ehrlich, ich finde das Game nicht so super. Wieso nicht? Naja, irgendwie ist das... Ich finde das System... Es gibt erstens noch mal viel zu viele Panzer. Hm. Ich kenne mich da überhaupt nicht mehr. So, dass ich mich auch spezialisieren können. Ja, ich weiß, dass wir auch so klaren Wettkämpfe ausgehen. Da soll man viel Platz haben zum Spezialisieren, aber... Ich mag also, meiner Meinung nach... Äh... Es ist... Sollte es einfacher gehalten werden. Weil du musst da immer noch denken, da ist ein Spiel. Sollte eigentlich für jeden halbwegs verständlicher. Ich verstehe mich... Naja, es ist ja auch in einem gewissen Maße eine Panzer-Simulation. Simulationen sind umfangreicher vom Content her. Ja... Kann sein... Oh, fuck, man. Ich hab' Tier 2. Du bist der Einziger Tier 2. Glaub ich. Ich hab' ein fucking Tier 2 mal. Alter, ich bin sowas von'n Arsch gefickt. Warte, jetzt musst du so reinblenden den Arschfix-Song von Sido. Nein. Ist echt geil, das Lieber, weißte. Trotzdem nein. Was hörst du eigentlich? Vieles. Aber nicht so wie zum Beispiel bestimmt das. Ich möchte mich jetzt echt so spezialisieren auf Oldschool-Hip-Hop. Das ist nur noch Oldschool-Hip-Hop und halt den Dubstep für. Ja, Dubstep ist schon. Dubstep ist richtig nice. Wie viel Herbst hast du? 210? 210? Ich hab' 160 so runter, glaub ich. Ja, warte, hier rechts. Warte, ich sag's, wenn man... Ich versuch jetzt, einfach nur wirklich, jetzt ganz ehrlich, am Leben zu bleiben. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5er. Das schaffe ich mal nicht. Wo sehen du... Wo sehen du sie? Nirgends. Da müssen wir uns auf die... Auf die... Scouts... Von uns verlassen, dass wir die... Dass wir die sehen. Du gehst keinen Schritt fort, verstanden? Ich will noch... Ich will hier nicht alleine sterben. Ich bin hier gerade fest. Haha. Ja, ich bin hier... Was...